Ich finde ihn toll, ja. Toller Mann, tolle Geschichte. Ja, würde mich freuen, wenn er Bundespräsident wird, ja. Er ist halt einfach sein Standing, was er hat. Und ich denke auch, dass jetzt auch auf jeden Fall alle hinter ihm stehen, auch Merkel und auch das ganze Volk vor allen Dingen. Das wird ihm gut dabei helfen. Ich denke, das ist ein entsprechender Repräsentant. Das, was wir vorher hatten, das war ja nun doch ein wenig ernüchternd. Er ist ein absoluter Mann, der von allen anerkannt wird. Sehen Sie auch an den Umfragen, welche Zustimmung er hat. Also da, glaube ich, haben wir kein Problem mit ihm. Er ist absolut skandalsicher, der Mann.